hallo zur kleinen weihnachtsbastlerei in alplan hier geht es um dieses projekt da machen wir das animationsfenster größer schieben wir die überschrift einfach rüber per drag and drop und sorgen an den kleinen fenstern für grundriss und für die brauchbare darstellung der frontansicht man kann sich hier in der animation wenn alle teilbilder geschaltet sind schon mal die richtigen perspektiven einstellen eindrehen ich habe da mal was vorbereitet hier unten kann man sich jede menge perspektiven speichern und laden bildausschnitt speichern laden ich habe da mal was gespeichert was ich jetzt wieder lade dann sorgen wir mal für ein bisschen stimmung per rechtsklick ins animationsfenster kann man die umgebung einstellen so natürlich muss der dezember dafür ihre zwanzigste hier halten wenn wir schon mal dabei sind zu einer gewissen uhrzeit was man dann so nutzen kann sowas oder man macht einen doppelklick in die zahl rein und schreibt dann was dann so an uhrzeit passt dann machen nach dem winkel entsprechend drehen wie er die sonne rein leuchtet so was könnte ganz gut passen zumindest habe ich das vorhin mal so ausprobiert kommt ungefähr hin dann wird wohl noch ein bisschen nebel mit dazu müssen schauen wir mal was wir das alles haben die farbe ist fast ein bisschen zu kühl ich gehe mal hier auf sowas mit rot stich oder orange stich relativ hell und weiß aber mit einem kleinen warmen lichtstich sozusagen ok man kann man hier noch detaillierungsgrad einstellen sättigung dichte mal gucken was dann so einigermaßen passt das sorgt dann schon einigermaßen für stimmung dann kommen noch mit der unterkante und mit der oberkante und mit der höhe und so weiter spielen und natürlich die dichte noch ein bisschen größer machen und so weiter je nach perspektive hat man hier auch einen volumetrischen nebel der lichtstrahlen dann sichtbar macht in der animation kommen jedenfalls wenn man hier die darstellungsart anfährt über dem bleistift noch ein paar kleine häkeln dazu dass einfach mal gewisse leucht und linsen effekte mit dazu kommen je nach sonden entstand starten weich art je nachdem so das sagt dann vielleicht für ein bisschen stimmung vielleicht ein bisschen über oder unter belichtet je nach bedarf wie man es halt eben haben möchte und dann können wir dann auch weitere sachen holen in diesem speziellen fall weil es um die weihnachtsbastelei geht geht es mal in den content rein in die content palette mit zugriff auf alplan connect da bin ich schon angemeldet bei exterieur gab es da mal was wenn man das aufruft dann kann man in der suche ich mache das mal hier oben ein bisschen breiter in der suche nach was weihnachtlichen suchen und da gibt es so diesen oder jenen weihnachtsbaum dann können wir mal schauen was man so braucht dieses fall dieses smartpad file in dem fall smz kann man per drag and drop hier ins teilbild reinziehen dann hängt das ganze ding an der maus bzw wir haben ein menü wo man dann einstellen können mit der weihnachtsbaum ebenso auszusehen hat und dann platziert man den im grundriss an der passenden stelle vielleicht hier bei einem gebäude auf der entsprechenden höhe man kann jetzt über das smartpad menü noch dies und das einstellen was man ebenso braucht dann geht es auf ok dann ist hier ein weihnachtsbaum vorm haus mit platziert worden gegebenenfalls wird man noch die perspektive ändern oder andere sachen einstellen beziehungsweise zentral perspektive größer machen und das bild entsprechend hier darstellen dann hat man sich so eine perspektive eingestellt und das ist dann auch ein bild was man dann letzten endes weg speichern können über das bearbeiten menü fenstern halt als pixel bild speichern mit entsprechenden einstellungen was die dpi und so weiter betrifft und dass man das dann an entsprechender stelle wie bei dokumente speichert und wenn man das dann öffnet dann hat man hier die weihnachtsperspektive mal schnell aus ein paar crd daten erzeugt in diesem sinne wünsche ich frohe weihnachten und guten rutsch ins neue jahre dann 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 Untertitelung des ZDF, 2020